Eine Mitgefangene, sie hieß Tatjana, hatte etliche Male in diesen Wasserbunkern gestanden. Die Höhe des Wasserstandes und die Dauer der Aufenthalte wurden an der Größe des Vergehens bemessen. Tatjana saß zum wiederholten Mal wegen Asozialität. Als ich sie kennenlernte, war sie 27 Jahre alt, aber sie sah sehr viele Jahre älter aus. Ich kam sehr gut mit ihr zurecht, denn sie war gerade und fair. Ich nehme an, sie war zu gerade. Die Wasserbunker gab es zu meinem großen Glück tatsächlich nicht mehr, aber um die Sichtblenden hatte sich bisher noch niemand gekümmert. In einer Nacht von Samstag zu Sonntag knoteten wir unsere Perlonstrümpfe zu Schlaufen zusammen, wickelten jeweils zwei dieser Schlaufen um jede Blende, ließen sie an der Außenwand herunter und banden sie an dem jeweiligen Gitter fest. Es war himmlisch. Wir lagen auf unseren Betten, bekamen Luft und konnten die Sterne sehen. Wir wurden von den Worten, die vom Innenhof kamen, Inge, komm mal bitte, das glaube ich nicht, was ich da sehe, und der Sonne auf unseren Gesichtern geweckt. Zunächst passierte gar nichts. Wir gingen zur Freistunde auf den Hof und sahen zusammen mit allen anderen unsere sechs Sichtblenden an Perlonstrümpfen eine Etage tiefer an der Fassade hängen. Es war ein Riesengaudi. Selbst unseren Bewacherinnen fiel es schwer, sich das Lachen zu verkneifen. Niemand von uns musste in den Keller, denn auf die Frage, wer diese Frechheit angezettelt hätte, traten alle 20 Frauen einen Schritt vor. Unglaublich, aber wahr. Aufgrund der schlechten Ernährung und der extrem eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten wurden die meisten von uns dick und unförmig. Die Vorstellung, ohne Haare auf dem Kopf und dick und rund in den Westen zu kommen, wo ich dann endlich Jeans tragen und wohlduftende Kosmetika benutzen könnte, ließ Panik in mir entstehen. Ich meldete mich bei Frau Oberleutnant Büchner, um ihr den Vorschlag zu unterbreiten, eine Sportgruppe ins Leben zu rufen. Sie war begeistert, denn diese Aktivität meinerseits konnte sie als einen erzieherischen Erfolg für sich verbuchen. Da sie eine der sympathischsten Bewacherinnen war, gönnte ich ihr diese kleine Fehleinschätzung zu ihren Gunsten beinahe von Herzen. Jetzt galt es, meine Mitgefangenen zu motivieren. Sie sangen zwar so wunderschöne Lieder wie La Provence, aber sie träumten nicht wirklich davon, Hand in Hand mit dem Liebsten in einem duftigen Sommerkleid durch die Hügel der Provence zu schlendern. Nach Jahren hinter Mauern am Fließband war dies eben ein schwer zu produzierendes Bild.